Allen Bewohnern des 6. Bezirks flattert derzeit eine Einladung ins Haus. Am 20. März von 15 bis 19 Uhr findet in der Buchhandlung analog eine Lesung der Drag Queen Candylicious statt. Vor Kindern natürlich. Der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Knepp, fordert die umgehende Absage dieser Veranstaltung. Es ist unfassbar, dass hier eine derartige Sexualisierungspropaganda für Kinder vom SPÖ-Bezirksvorsteher nicht nur genehmigt, sondern auch noch aktiv beworben wird. Viele Eltern sind zu Recht empört, diese Indoktrinierung von Kindern muss sofort gestoppt werden. Knepp verweist darauf, dass selbst prominente Drag Queens solche Veranstaltungen für Kinder ablehnen. Der Wiener FPÖ-Obmann bekräftigt, wenn jemand als Erwachsener an solchen Shows gefallen findet, dann kann er gerne daran teilnehmen. Aber Kinder sollen einfach Kinder sein und nicht mit Transgender-Propaganda zugemüllt werden. Wir werden dieses Thema in unserer Sondersitzung des Wiener Landtags aufgreifen. Und gegen diese Frühsexualisierung von Kindern massiven Protest einlegen.